Erhalten wir soeben die ersten Bilder aus dem Katastrophengebiet. Internationale Experten sprechen von einem Super-GAU und von noch nicht abzusehenden Folgen für die Region und ganz Europa. Von offizieller Seite wurden noch keine Kommentare zu dem Vorfall abgegeben. Regierungssprecher Janow sprach jedoch in einer ersten Stellungnahme von einer Verleumdungskampagne westlicher Berichterstatter.